Nach dem schönen Gerhardtuch heute, also das war echt anstrengend da oben, ja, der Dieter, Schweig, Schweig, verschweichen, nee, nicht zu viel, nicht zu viel, und, ach nee, doch, und wieder am schwitzen, am schwitzen, am schwitzen, sagt, kann doch nicht wahr sein, und auf einmal, hol den Duselack rauf und bitte, was den Duselack, sagenhaft, super schön, hat richtig Spaß gemacht. Und natürlich, mein Du, sag mal, Werner, Werner Hofrichter. Werner Hofrichter.